So, da sind wir bei Dark Souls 3. Weiter geht's. Wir stehen vor den Stufen von Arnor Londo. Lange hat es gedauert. Jetzt sind wir da und es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Nur ein bisschen kälter, als ich es in Erinnerung habe. Ich würde sagen, lasst uns mal die Stufen für die Riesen nehmen, denn wir gehen auf jeden Fall mit Riesenschritten hier durch die Katakomben durch. Komm schon, wir müssen rein in die Kathedrale und ich hoffe ja, dass wir in den Bossraum von Ornstein 2 kommen. Und bin mal gespannt, was da drin ist. Ist es der Bosskampf von Arnor Londo wieder oder... Oh, shit! Grätsch da von der Seite rein. Wo machst du denn sowas? Ich muss erstmal den Speer-Hai nicht fertig machen. Was sollte jetzt passieren? Kann ich mich um dich kümmern. Wie sie nie warten können, Mann. Backstab! Ich glaube, der tut selbst durch die Silver Knight Rüstung weh. Nope. Aber nicht mal ein bisschen. Ein Stück vom Bart vielleicht. Was den Hass rechtfertigt, den ich dir gegenüber bringe, mein Freund. Silberritterschild und eine kleine Titanit-Scherbe. Das ist eine nette Begrüßung, wie man sie sich vorstellt. Okay, ist eigentlich genau der gleiche Weg, den man auch im ersten Teil gegangen ist. Da ist man hier lang gegangen. Weil hier hinten zu war und... Gut, die große Tür wird wahrscheinlich auch zu sein. durch Vorrichtung geschlossen. Ja, habe ich mir doch gedacht. Kann man hier von innen öffnen. Und ich gehe mal links lang. Da war nämlich der Riesenschmied. Jetzt wollen wir mal einen Bro besuchen. Wenn er denn noch hier am Residieren ist. Sieht relativ leer aus. Ich glaube nicht wirklich, dass so viele Kunden kommen. Ich habe ja schon in Dark Souls 1 gedacht. Alter, wie bist du noch im Geschäft? Hier ist kein Schwein. Du glaubst doch nicht, dass greifen? Genug Seelen sammeln und irgendwie Waffenschmied... Oh shit, Bro. Oh, komm schon. Die Zeit war nicht gut zu dir. Nicht so wie zu André. Hätte ich nur Leben. Das wäre schön, wenn du Leben hättest. Unmöglich. Das verdienst du nicht. Das verdient er wirklich nicht. Kohle des Riesen. Na gut. Wenigstens. Etwas, mit dem wir was anfangen können. Das wird auf jeden Fall weiterleben, Alter. In meinem Herzen. Digga, es tut mir leid. Ich wollte dir ein gewaltiges High Five geben. Das ist das Größte aller Zeiten. Und jetzt bis zur ersten Feuerhüterin in Arno Londo Schallen hören. Und dann sowas. Ich meine, ich könnte auch deinen toten Körper high five'n. Aber das ist irgendwie... Das ist nichts Gleiche. Ohne den kleinen Widerstand. Oh, Herr Hallöchen. Nein, ihr könnt mich nicht berühren. An Stellen, die bedeckt sind durch meine Rüstung. Ah, shit. Okay. Das sind Haare. Ja. Loch. Aber nicht voraus. Loch. Kein Loch. Leg dich schlafen. Kein Grund, wach zu bleiben. Hier gibt es keine Löcher. Gut, ich lasse mich mal nicht von dem Ding bespringen. Ich versuch's zumindest. Komm mal hier rechts lang. Zu den Quartieren. Oh, hier ist... Yep. Zu. Die wollen, glaube ich, nicht, dass wir da reingehen. Mondlichtpfeil. Und ich glaube, wir machen erstmal die Tür auf mit der Vorrichtung. Ich meine, wenigstens keine Riesen mehr mitge... Oh, shit. Mit gewaltigen Schilden, aber der Kollege. Freddy, Klauenfresse. Gott, bei diesen komischen Viechern ist es so schwierig zu sehen, wann sie angreifen. Bitte nicht. Nein. Oh, Gott. Moment, ich geh... Drum. Oh, shit. Drum rum. Ist der weg, wenn ich ihn einmal gekillt hab? Oder kommt der wieder? Ich weiß es nicht. Das ist die große Frage. Ich würde, ganz ehrlich, nochmal gerne an Spawnfeier zurück dann. Wo ich da weiter reingehe. Okay. So. Jetzt droppt er den Rubin von Aldrich. Was ist denn der Rubin von Aldrich? Wo ist denn der? Ah, hier unten. Bist du aus wie eine Orange. Regeneriert Trefferpunkte von kritischen Angriffen. Ah. Okay. Ich geh mal nochmal zum Bonfire-Runde. Da müssen wir zwar die beiden Silvernaids mal klatschen, aber ganz ehrlich, die sollte ich, glaube ich, ganz gut hinkriegen. Und dann joggen wir einfach mal da hoch. Schauen wir in den Bossraum von Ornstein. Den ehemaligen Bossraum von Ornstein. Der wird wahrscheinlich von irgendjemand anderem gemietet mittlerweile. Soll ich einfach durchrennen? Einfach lag it. Ich glaube, ich lag es einfach durch. Ein gewaltiges Fork-Gate. Und Unmengen von Diakonen, die hier rumhängen. Oh, da ist eine Kiste daneben. Schauen wir uns auch noch an. Oh, komm schon. Okay. Von jedem einzelnen verdammten Feuerball getroffen worden. Ich lasse mich jetzt einfach mal nicht abfacken hier auf den Stufen zu was auch immer. Eldritch, der Götterfresser. Götterfresser. Herr Lichen. Ich bin, ich bin kein Gott. Wow. Mage also. Oh. Holy Crap. Oh, Jesus. Aber nope. Get fucked, son. So, nachdem wir reingegangen sind und erst mal heftig gerackt worden, dachte ich mir, vielleicht sollten wir uns passend anziehen. Ja, wir brauchen, wie es aussieht, auf jeden Fall Magie-Resistenz. Schauen wir nochmal, was hat die höchste Magie-Resistenz. So, hier ist noch ein bisschen mehr. Keiner bietet mehr. Gut, das ist schon mal nicht so ganz schlecht. 3,6. 3,6. Okay. Hier komisch, Zauberplunderhosen oder so. Völlig egal. Wir reiten damit in Sonnenuntergang, wenn es sein muss. Hauptsache, wir kriegen nicht so viel Schaden. Das war gerade schon ein bisschen heftig. Oh, halt mal. Das ist der Ring. Der bringt mir nicht arg viel. Wobei, doch. Können wir auch gleich nochmal schauen, ob wir einen passenden Ring dazu haben. Okay. Was haben wir denn? Erhöht die Giftresistenz. Dunkel-Schadensminimierung. Es ist dark, es ist dark eigentlich, oder? Ja, es müsste dark sein. Es war lila, also. Alter, wie sehe ich eigentlich aus? Oh Gott, wie der Papst von Bronzien. Ja. Das ist eine Brunserüstung. Das ist schon beabsichtigt, dass es wie Pisse klingt. Sieht auch so aus. Wobei ich die eigentlich cool finde. Wie gesagt, ich habe mal einen Charakter, den ich extra für PvP gemacht habe, der genau die Rüstung anhatte. Das ist die Rüstung von der Firekeeperin aus dem ersten Teil, die an der Analonde rumstand. So, und jetzt probieren wir das gleich nochmal. Treten wir erstmal ein. Nehmen uns die Glut. Und dann begrüßen wir uns nochmal, ja? Wir haben uns echt auf den falschen Fuß erwischt. Schwert, der hat auch heftige Seelenpfeile. Dunkelpfeile, wie nennt man das? Oh. Das sind die Teile, die mich ultra gefickt haben. Woher gehst du denn? Bleib doch hier. Okay, Schaden ist auf jeden Fall in Ordnung. Nicht wie bei Jorgen, den Riesen beim letzten Mal, wo es einfach absurd war. Irgendwann 44 Schaden. Ich weiß nicht, soll ich nochmal wiederkommen? Dass wir mit der Wasserspritz, bis wir dann mehr Schaden machen können. Diese komischen Soulmasses hier rumfliegen. Wollen easy dodgen. Ja. Poked er meinen Popo. Macht doch sowas nicht. Ja, und dann verschwindet er immer wieder. Das heißt, er sollte wahrscheinlich auch nicht drinstehen, in dem komischen Strudel, den er da macht. Aber ich... Oh, okay. Das sind die. Die tun weh. Oh, den kann man easy ausweichen. Ich bin halt irgendwie einfach stehen geblieben, weil ich echt nicht gesehen habe, was zur Hölle gerade auf mich zukommt. So lange man hinten an seinem komischen Wurmfortsatz bleibt. Der echt, was auch immer ist. Nervtöten wahrscheinlich. Er findet auch kein Bett in seiner Größe. Also ich denke halt an die Warnprobleme. Oh, okay. Große lila Dinger in meine Richtung. Oh, das ist der Scheiß. Kann ich das noch mit dem rumhantieren? Okay. Auf jeden Fall. Okay, warten einen Moment und dann fangen sie an, auf eine los zu chargen. Mann, auch echt viel Schaden. Hört mir ganz und gar nicht. Hier, nimmst du erstmal den mit. Okay. Fuck, ist er gut. Warum strenge ich mich überhaupt an? Ich werde sowieso heftigst erwischt, wenn ich auf die Zulauf. Hier, das ist, glaube ich, echt die Attacke, wo ich angreifen sollte. Auch wenn ich nicht von seiner Mixer-Attacke getroffen werden sollte. Wenn man noch was da lässt. Wir gehen halt direkt um ihn rum, Mann. Fuck. Gott, ich hasse diese Feuerbälle. Und jetzt versuchen wir dieses gescheiterte Treffen mit Kollege Aldrich Dridge. Weg nochmal. Let's get up. Okay. Das ist die komische Fakir-Attacke, von der ich echt nicht getroffen werden sollte. Oh. Okay. Die Dark-Attacke, die er um sich rum macht, auch nicht wirklich gut für meine Health. Ich glaube, bei diesen komischen Soul-Masses muss ich echt angreifen. Das ist wirklich die beste Möglichkeit. Und zack, nochmal draufhauen. Ein bisschen geht noch. Einen nimmst du noch mit. Was mich nicht so heftig vermissen muss. Lass uns das nächste Mal sehen. Okay. Oh Gott, das sind diese komischen Pfeile wieder. Die sind echt scheiße. Die sind echt mal wirklich scheiße. Die Zelle liegen eigentlich meine Seelen rum. Okay. Go fuck. Ey, vielleicht aus dem Weg gehen. Jetzt haben wir ihm schon ganz schön viel mitgegeben. Das ist eine Mal. Jetzt fängt er halt an zu brennen. Warum muss eigentlich jeder in Dark Souls 3 anfangen zu brennen? Weil es irgendwie dramatisch werden soll. Alles Gott, zünd ihn an. Man reiche mir das Benzin. Dann gehen wir erst mal das da. Falls ich auf die Schnauze kriegen sollte. Oh Gott. It's back. Can't fuck him nochmal hinterher. Warum auch nicht? Komm schon. Will ja mal nicht so sein. Oh Gott. Oh Gott. Ich brauche direkt mal nochmal hin. Gutes Glas. Das OJ. Okay. Okay, dann machen wir einen ganz großen Bogen drumherum. Im Feuer kann ich stehen bleiben. Das ist mir eigentlich relativ. Das macht mir nicht so viel Schaden. Ich sehe mich nicht. Ist okay. Oh. Ist okay. Nicht gierig werden. Wir haben mehr als genug Zeit. Nadelattacke von oben. Fuck. Oh Gott. Oh Gott. Wie lang ist sie denn dieses Mal? Soll ich nicht kommen sehen? Eine halbe Stunde regnet es. Nadeln auf mich, Mann. Alter, bleib hier. Bleib doch hier, du Fucker. Heilige Scheiße. Hat gerade am Ende seinen Notfallballon gezogen und wurde in die Luft gehoben oder was war da los? Ah, Unkindled one. The fire fades and awaits its one of the last Lord. Prinz Lothric is in your hands. Please save his soul. Ich kann einer verbitterten alten Frau diesen Wunsch natürlich nicht abschlagen. Ich weiß noch nicht, wo ich ihn finde, aber werden wir irgendwann schon rausfinden. Okay, das war Aldrich, der wie hieß er eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Er hat keinen Eindruck bei mir hinterlassen. Es war einfach nur ein Mage Scrub. Mehr war es echt nicht. Hab mich überrascht mit seinem komischen Nadelfarkier-Kissen von oben, aber mehr dann auch nicht wirklich. Okay, dann haben wir die Fürstenasche und Emma. Prinz Lothric is in your hands. Please save his soul. Tell him, was he must be. A Lord. Au! Würze zu Staub. Becken der Gelübde. Soll ich da jetzt meine Hände waschen, oder? Versuch Dresche. Und dann Zeit für kritischer Gegner. Kritischer Gegner. Ich komme gerade von dem kritischen Gegner. Oh Gott, wir sind hier unten. Wir sind halt wirklich bei Emma gelandet und an der hohen Mauer von Lothric. Die Scrubs auf uns warten. Ich meine, die sind jetzt halt wirklich absolut kein Problem mehr. Ja, selbst du. Selbst du bist nur noch ein kleiner Pickel an meiner Arschbacke. Und nicht mehr vorhanden. Also, danke dafür. So, lass mal nach oben gehen. Irgendwo hier war ein Bonfire. Ich kann mich dran erinnern. Aber durchschreddern. Wen interessiert's? Waren ja nicht die 25 Gegner. Ihr könnt euch ficken gehen. Nee, 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 nee. Du kannst nicht mit. Du kannst nicht mit. Bleib hier. Ja, das Loch ist... Ja. Bockers. Ich bin jetzt nicht so der Fan von dem Loch, aber... Der scheint auf jeden Fall seinen Spaß zu haben. Poken bis zur Unkenntlichkeit. Und auch viel, viel weiter. Oder so. Weiß ich. Ah, shit. Was? Zweihänder? Auf jeden Fall. Kennen die Leute Toy Story überhaupt noch? Ich glaube nicht zu alt. So, was? Oh, komm schon. Das sind ein paar Hunde. Die wollen echt nichts. Siehst du? Absolut. Alles easy. Okay. Kann ich bitte ans Leuchtfeuer. Dankeschön. 80.000 Seelen mittlerweile dabei. Und wir gehen zum Feuerbahnschrein zurück. Schauen wir doch einfach mal, ob da irgendwas auf uns wartet. Hey, Ladies. Alles klar. Ich komme gleich. Ich muss erstmal zu der Staubigen da gehen. Ich glaube, wir haben mittlerweile einiges gesammelt, das wir wieder verteilen können. Warte mal. Ja, verkaufen. Kann ich so viel. Das kommt mir immer so ewig viel vor, aber dann letztendlich sind es dann irgendwie, hopp. Zwei, drei, be sure was. Ich komme zurück. Glaub mir. Um dem Meer Scheiß anzudrehen. Hosen, die ich viermal habe oder so. Haben wir irgendetwas? Nein, nein. Schlagt mich nicht. Ich habe vielleicht noch hier einen kleinen Auftrag für dich. Ich habe keinen Auftrag für dich. Titan-Need-Brocken. Gottes Willen. Das habe ich verdrängt. Das habe ich allerdings verdrängt, dass wir das brauchen. Na, Sockenbandit. Oh, ich habe den Erithil in der Boreal-Valle alles in einem Tagswerk. Wenn die Geschichte wahr sind, ist es zu Hause zu alten Mön-Möbeln und sollte mit Tränschen gepackt werden. Was denkst du? Ich gehe und sehe, was ich finde. Auf jeden Fall, Mann. Hm, ich finde dich. Ich bin Greyrat. Ich weiß, wer du bist. Dankeschön. Wir kennen uns schon der ganze... Ist dein Hirn das, was da hinten runterhängt? Keine Ahnung. Du hast nicht zufällig gewaltige Steine, die ich dem anderen gewaltigen Steinmann da drüben geben kann? Nein, nein. Du hast keine Läschsteine. Okay. Aus der Reihen. Das heißt, der kommt irgendwann wieder zurück. Achso, er ist tot. Stimmt. Foulige Beine. Jetzt sind es nur noch foulige Gebeine. Er ist wichtig. Muss man dazu sagen. Ich sehe immer noch aus wie der Bronze, Papst. Egal. Ich vermisse deine Dunkelheit. Gib sie mir für einen kleinen Moment. Vitalität auf 30 hoch. Ja, ähm... Ich glaube, wir packen auch einfach mal die Geschicklichkeit hoch, um einfach noch ein bisschen mehr Schaden rauszuholen. Wobei, ganz ehrlich, kriegst du zwei für die rechte Waffe. Eins. Da kommt da schon noch mehr raus. die Stärke. Die gute Stärke, wie sie immer für mich da ist. Wenn ich sie brauche. Und Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. Zurück am Feuerband schreien. Haben Aldrich den Götter Verzehrer oder wie auch immer. Ja, ich kann es mir einfach nicht merken. Es war ein Magier. Die sind relativ schnell wieder raus aus meinem Kopf. Äh, ja. Wir schauen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Freut euch auf eine neue, spannende Folge Dark Souls 3. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar. Bis dahin, haut rein!